Liebe Musikfreunde, am vierten Adventssonntag steht Maria, die Mutter Jesu, im Zentrum. Der Engel Gabriel verkündet ihr ihre Rolle in der Heilsgeschichte und sie antwortet, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Bei Lukas steht auch ihr wunderbares Revolutionslied, das Magnificat. Daraus vertont Johann Sebastian Bach im Duett von Alt und Tenor die Verse, er denkt an seine Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf. ZANG EN MUZIEK 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 ZANG EN MUZIEK